Hallihallo und herzlich willkommen nach ewig langer Zeit mal wieder zu einer Runde Splatoon. Ich hab das Spiel, glaub ich, seit einem Jahr oder so nicht mehr gestartet, also schauen wir mal, was es alles Neues gibt. So, hallo. Sondermeldung? Aha, neues Splatfest. Und Spongebob oder Patrick? Ich glaub, so langsam gehen denen echte Ideen aus. So. Padeos ist der Beste. Ich bitte euch. Ich weiß nicht, was für Splatfests ich alles verpasst hab, aber ich hoffe, da waren einige mit besseren Themen bei. Wasabi, Kleksa, Bärenpuffe, Dynamorelle. Ihr seht, was ich meine mit, ich hab ein paar Updates verpasst. Die Map kennen wir. Also, ich hab die Map schon mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gezeigt hab. Okay. Es ist wirklich lange her, dass ich gespielt hab. Äh. Erstmal wieder in die Steuerung kommen, genau. Ich konnte mich so umsehen. Ah, das kann heiter werden. Ich hab das Spiel wirklich ewig nicht mehr gespielt. Erinnert ihr euch, wann ich das letzte Mal ein Video hochgeladen hab? Das war das letzte Mal, dass ich ein... Dass ich dieses Spiel gespielt habe. Also, ein Video zu Splatoon hochgeladen hab. Glaub ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Spiel geht. Äh, okay. Und ich hab irgendwie das Gefühl, es wird mittlerweile nur noch von Japaner gespielt. Okay, Steuerung. Hab ich so langsam wieder raus. Aber ich hebe hier erstmal ein bisschen was ab. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache. Also, dieses... Keine Ahnung. Ich hab wirklich sehr lang nicht mehr gespielt. Und mit sehr lang meine ich... Sehr, sehr lang. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt schlecht bin, weil mittlerweile nur noch die dieses Spiel spielen, die es wirklich können. Oder ob ich einfach mittlerweile nicht mehr dieses Spiel spielen kann, weil ich es lange nicht mehr gespielt hab. Ja, stimmt, das ging ja auch noch. Ähm. Okay. Äh. Äh. Wenigstens habe ich scheinbar recht gute Teammitglieder. Da geht's nicht drunter. Ah. Da hinten kommt einer rum. Egal, wenn ich noch schnell hinspringen kann, kann ich vielleicht noch einen erledigen. Ich glaub, die Runde haben wir gewonnen. Aber es lag nicht an mir. Ich würde sagen, daran erkennt man schon, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Egal, komm, die Runden machen wir jetzt voll. Woher habe ich 126.000 Münzen? War das normal, so viel zu haben? Keine Ahnung. Ich habe wirklich sehr lange nicht mehr gespielt. Vielleicht schaue ich gleich mal nach, ob ich mir neue Waffen holen soll. Und ganz ehrlich, das Splatfest-Thema interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Ich bin kein sonderlich großer Spongebob-Fan. Sorry. Ich sag mal, ich mag weder Spongebob noch Patrick. Deswegen. Hm. Ach, komm schon. Was habe ich überhaupt für eine Waffe? Okay, ich habe auch dieses Airbrush-AG. Okay. Vor allem haben die auch irgendwie ihr Equipment perfekt darauf abgestimmt. Naja. Ich habe wen erledigt. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Ach komm schon. Po-A3 Ich muss dringend üben. Garry! Keine Ahnung. Ich schieße schnell einen rein. Das schaffen wir noch. Gewonnen. Okay. Ich muss dringend... Ich vermute mal, dass ich schlechter geworden bin und die Gegner mittlerweile besser sind. Also ja, ich bin punktetechnisch der höchste. Das liegt daran, dass ich mit dem Airbrush-RG spiele und das halt nur dafür da ist, möglichst viel einzufärmen. Deswegen, gut bin ich eigentlich nicht. Komm, versuchen wir noch diese Runde Level 25 zu erreichen. Schaffen wir das? Naja, dafür bräuchte ich noch 5 Siege. Das schaffe ich nie und nimmer. Was ist eigentlich? Gibt es eigentlich noch ein maximal Level? ich glaube, ich glaube ja. Wenigstens Team-Map. Ich mag die deutlich mehr als die andere. zumal zumal ich die hier wenigstens auch besser kenne. Wobei ein paar von den alten Maps wurden überarbeitet auch. War hier nicht einer? Mit der Minigun hatte ich auch mal überlegt zu spielen, aber tatsächlich war ich nicht der alles andere als gut. deswegen. Habe ich mich erst endlich doch dagegen entschieden. Ach! Ich muss dringend üben zu zielen. Da steht einer unsniped. Schaff! Mary! Treffer sind doch immer am besten. Ich dachte nicht, dass ich noch lebe. Okay. Ist bei den Gegnern einer raus? Irgendwie. Sonst kann... Okay. Tatsächlich sind doch alle da. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Das Spiel macht schon Spaß. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange ich jetzt spielen möchte. Ich würde mal sagen... Machen wir erstmal noch... ...eins, zwei Runden. Und dann schauen wir mal, ob wir noch einen hinten dranhängen oder nicht. Baffe wechseln, ohne eine Lobby zu verlassen, geht aber immer noch nicht. Die Sache ist, ich muss mich halt erstmal wieder dran gewöhnen, die Bewegungssteuerung und die tatsächliche Steuerung zu kombinieren. Ah, okay, ist doch einer hochgekommen. Ich freu selbstlos. Öl selbstlos. Ich schwimme selbstlos. Ich wollte halt erst überlegen, ob ich mich zu reden bin. Warte. Kann es sein, dass die Granate langsamer zündet? Ich weiß zumindest, dass ich früher mit der deutlich effektiver war. Also, früher habe ich quasi die Granate gelegt, der hat mich getötet und dann ist er daran noch gestorben. Jetzt? Keine Ahnung. Was kommt davon, wenn man die ganzen Patchnotes verpasst? Okay. Schwimm einfach mal außenrum. Verdammt. Es wird auch einer gefolgt. Ich glaube, diese Runde könnten wir verlieren. Werden wir vermutlich auch verlieren. Nicht zuletzt wegen mir. Hier oben ist gerade noch jemand. Warum habe ich so einen roten Punkt plötzlich auf dem Bildschirm? Der macht mir Angst. Warte, die ganze Zeit habe ich ihn einfach nur nicht gesehen. Das ist irgendwie mein Zielkreuz. Warum ist er da? Und wo sind die Gegner hin? Okay. Geschafft. Ach, komm schon. Das Problem gibt es scheinbar immer noch. Was haben wir hier denn alles? Hier nur ein Barrett. Intersportmünze. Ich könnte mir das Barrett holen, aber... Nee. Ja, ja. Ich weiß. Ich habe ein paar Waffen verpasst. Das ist dann gleich mal... Okay. Ich habe es kapiert. Komm schon. Aha. Das... Also, für die es nicht wissen... Ich weiß nicht, ob ich das gezeigt habe. Es gibt mittlerweile zwei neue Waffenarten. Einmal so ein Schwapper. Das ist so ein Eimer, der halt einen Haufen Tinte schütten kann, aber... Mehr auch nicht. Und eine Minigun, die man halt aufchargen kann. Und dann... Hatte ich überlegt, mir zu holen, aber... Das Chargen. Keine Ahnung. Dieses Spiel ist eher so... Ich spiele es eher halt möglichst schnell und deswegen... Langsame Waffen sind da nichts für mich. Deswegen mag ich auch das... Mein Airbusch-RG. Das ist ja quasi einfach... Wie viele habe ich, bitteschön? Ah. Das war's. Helden-Konzentrator-Rat-Plieg. Airwash-MG. Ich habe mir... Das ist mit den Waffen, die ich mir bereits gekauft hatte. Okay, doch. Habe ich immer noch... Habe ich mir das Airwash-MG nie gekauft gehabt? Doch, bestimmt. Hack-Splattling-Reflex. Ich habe mir auch irgendeine Minigun gekauft. Genau, die da, die Splattling. Hmm. Also, ich kann ja mal... Die hier zeigen, wie die halt funktioniert. Muss ich halt aufschalten und dann kann ich so schießen. Wobei, die gefällt mir sogar. Ich gehe jetzt. Da, die Cenosser ist. Oh nein! Ja! Klotz... Klotzer? Dich kenne ich noch nicht. Nein. Äh. Bärenprofiklexer. Auch diese Waffen sind ja nützlich, wenn man damit halt zielen muss. Hydrant SE. Cool, aber viel zu langsam. Ziel, Elite 3, KSE. Fokus, Profiklexer. Topoblaser, Trommel, Schwappern, Neo. Ach, jetzt gibt's die Dreischusswaffe. Und das Tolle ist halt, dass ich die... Damit kann ich Tinte sehr hoch schleudern. Kann ich halt, äh... Auch über irgendwelche Wände schmeißen dann. Es gibt echt viel zu viele Waffen mittlerweile. Den komme ich mit... Ich komme mir mit allen nicht mehr klar. Hier habe ich, glaube ich, für den Amiibo bekommen. Also für den Amiibo, den ich habe. Naja. Ich würde sagen... Vielleicht hole ich mir ihr... Eigentlich... Ich komme mit meiner jetzigen Waffe... Klar. Klar ist es... Schon eine... Ziemliche Noobwaffe. Ich glaube, die größte Noobwaffe im Spiel. Aber ich mag die. Ach, ich weiß noch. Damals, da war das hier noch die teuerste Waffe im Spiel. Und nicht sowas hier. Die kann ich vielleicht echt mal ausprobieren. Möchte ich jetzt aber nicht hier. Und eigentlich, was die Klamotten angeht, bin ich auch zufrieden. Vielleicht andere Schuhe. Gab es Schuhe? Ja, gab es Schuhe. Bei dem Schrimp. Jetzt habe ich Hunger auf dich. Das Phantom ist auch immer gut. Rückkehr könnte ich mir holen. Was trage ich eigentlich gerade für Sachen? Die Sache ist hier, aber sowas immer eher auf... Äh... Aufs Optische als auf den Nutzen. Ach. Egal muss ich mir mal ein paar mehr Sachen... Ach, genau. Ich trage... euch. Warum trage ich nicht mehr euch? Was habt ihr für Fähigkeiten? Lauftempo, Supersprung und schnelle Rückkehr. Wobei ich nämlich bei euch das andere haben möchte. Im Allgemeinen gefällst du mir auch sowohl optisch als auch... ...den Fähigkeiten ganz gut. Das möchte ich auflösen, weil es mir gefällt. Und da habe ich wohl einfach nichts Besseres gehabt. Was könnt ihr? Spezialabzug schwimmt. Sekund, der Verbrauch brauche ich jetzt nicht wirklich. Du bist schon nützlicher. Naja. Da ich es noch aufladen möchte... Eigentlich müsste ich die ganzen Sachen mal aufladen. Nicht aufladen, halt äh... Das habe ich von den... Wo habe ich denn das her? Keine Ahnung. Okay. Lassen wir es gut sein mit dieser Folge. Ich werde bestimmt in nächster Zeit mal wieder ein bisschen mehr das Spiel aufnehmen, weil es macht ja schon richtig viel Spaß. Und, äh... Ich hab... Also, ich werde es vermutlich so machen, dass... Dass hier jetzt als der nächste... Also, als... Teil meines damaligen Let's Plays halt kommt. Also, Part, was weiß ich, 17 oder wo auch immer ich war. Vermutlich war ich nicht da. Äh... Aber erwartet nicht, dass das jetzt täglich kommt. So wie Hearthstone Isaac. Was weiß ich jetzt ab und zu mal bringen möchte, aber... Halt nicht regelmäßig. Deswegen kann ich auch aktuell nicht sagen, wann das denn das nächste Mal kommt. Äh... Ich wollte gerade Dark Souls-mäßig eine Mine machen, aber das geht nicht. Äh, eine Mine. Nö. Geste. Und dann. Bis dann. Tschüssi